Heute wird bei uns das Schweinebett ausgewechselt, damit unsere geredeten Schweine wieder ein schönes Zuhause haben und auf unserem Gemüsefeld wird gearbeitet, damit wir biologisches Gemüse für die Region anbieten können. Ich habe mich heute für den Tag angemeldet, weil ich es wichtig finde, dass die Leute ihr Bewusstsein stärken, wenn es um unsere Agrarwirtschaft geht. Ich bin der Meinung, dass es nichts Wichtigeres gibt als eine nachhaltige Landwirtschaft und eine gute Umwelt, die wir unterstützen können. Bei denen wir beispielsweise im Verein Hof noch betränzige Tätigkeiten leisten können.